her er leute und herzlich willkommen zu einem neuen mit mir nur die dunkel und dem akkrupp kühlen wer kommen jetzt habe ich lex der schauspiel zu tun als haben für stoffen die die Hütte die Säden er gut er hat uns gut ob doch die Stimme aufnimmt ja KKK er kennt die KK 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 meine Kisse Ohallschwert der wir erhalten seit man sich an die Regeln aber natürlich ist es der Bobo ist wir werden es ist diesmal der in Arena 10 Teams erlaubt boah wieso habe ich es Alter du weißt dass ich gerade lags habe mit Traps irgendwie ja kein Wunder Performance maximal FPS Move Lightning 65 und Brightness wir sollten jetzt hier raus kommen Alter es lag so stark jetzt gehts Alter wie komme ich nicht raus jetzt bist eingesperrt warte ich hau dich raus los tiefer auch auslöslich warte du musst mich jetzt schlagen jetzt schlagen ja gut du haust mich hart raus warte ich muss den Sound runter stellen fuck ich glaube der ist nicht machbar egal ich bin mir rüber egal da ist ne Kiste ne Kiste egal es ist meiner egal es ist meiner no loll wie bist du grad wie bist du so schnell hinkommen du bist mir seit geschwommen du bist so alt als Cheetah ne Kiste was halt das war da drin ne Kiste ich hab Holzspitzsacke ich wollte es nach geht er gar nicht das ist die Kiste wo da mein Essen ist scheiße ey lass mal im Haus rumgucken da muss doch bestimmt nur was sein ja lass mal gucken ja dann komm wer muss wissen wer der Babo ist ist auch ne Falle hättest du mich jetzt reingeschubt alter da aber das ist auch nicht hoch ist die Kiste Kiste aber noch schön und wir sind von Russi hat er gesagt wir beide mit Slams gehen okay okay da ist einer da ist einer willst mich schlecken da hinten sind zwei in Frexie mal man hier sieht man ganz die Hirne rot ich bin der rote geiles Kid ich bin nämlich der Agro dunkel in Form ist der Luki dunkel ey warte auf mich komm her nicht dass du stirbst Junge du stirbst und so ich sterb nicht erst mal schön mal rückenkratzen leu ich wurde zurück teleportiert du hast gehackt ich hab nicht gehackt sieht man in der Aufnahme ja 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 schon den Modus deaktivieren hübsch okay komm den kriegen wir jetzt noch noch ein Fisch davor essen ham 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 boah der will mich doch verarscht rennt der weg huah schlag mich doch nicht er schlag mich nicht ja ich hab dich nicht geschlagen ja ja geil sagst du ich komm von hinten hast du gesagt nice da hinten ist noch einer wo das ist Teatman lol Teatman hit the ground too hard lol der lebt noch lol 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 der lebt noch schlacken tot da mach ich doch komm her na mich verarschen ja glaub schon hehehe also wieso lebt der noch ja weil er Magic Max ist hehehe ja nur weil du Max heißt ja heute versus check 24 ähm rotzü vertreib sieht man wohl nicht hehehe hehehe ich wurde dunkel erschlagen hehehe 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 muhaaah haaah das ist die kiste hehehe oh hier so schön jumpen hehehe atmin hehehe hast du behindert ist kein Altman oh nein ja sehr verschissen i have found the bug er schreibt auch noch auf englisch vor allem weil die Altmans auch engländer sind i have found the bug i have found the bug küsse ja ffff ja der bug ist so mysteriös dass ich kein mehr hab zu spielen wo bist du verla... ja ich... unten ich verlasse den server ohne da ist einer am spawnen drin am spawnen ist einer am spawnen ist einer am spawnen ist einer am spawnen ist einer Wart mich jetzt hoch LOL 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 Schlau Alter, der schlägt mich jetzt, oder was? Ist es schon wieder in der Map drin? LOL Da ist es schon wieder, Alter Wer will dich jetzt töten hier? Oh, dann kannst du rein Komm, wir lassen ihn mal Ne, ne, der nervt, der will uns jetzt beide rausschmeißen, deswegen Ja Hm Willst du mich nerven? Willst du mich trollen? Wie sponnt der immer da hinten? Lass mir ab in den Kisten noch was drin ist Den Arena 10 sind T- Out Wenn ich die Regeln lesen kann, tut mir leid Okay, komm, 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 go Lauf 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 Mein Holzschweig ist echt vom Arsch, Alter Ja, meins auf, nur wegen Speedman, Alter Entschuldigung, er ist Holzschweig Hörst du mal vorsichtshalber die Eisenspatzsacke noch aus? Eisenspatzsacke Spatzsacke 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 Auch nur ein Schwert Ich auch Schau'n wieder einer aus, ey Wie im Flug Wie im Flug, wie im Flug Entneue Er du schlag Zur WeWL Games Oh, ey Das ist mir noch nie passiert Ich melde euch im Obst Nööööööö Doch Kann halt nicht meine Zahlen mehr lesen Ich habe eine Fishing Rod Ich habe eine Fishing Rod Ich bin Ich bin in eine 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 Ich bin in eine